Untertitelung des ZDF, 2020 Ich habe zwar noch nie einen Schneider getroffen, aber Sie sind bestimmt keiner. Komm mal mit. Was siehst du? Ich sehe einen jungen Mann mit Potenzial. Zieh am linken Haken. Oh ja, sehr geil. Was kann das Ding? Elektroschocks? Mach dich nicht lächerlich. Das ist eine Handgranate. Sie verarschen mich. Das ist krank. Wir sind ein unabhängiger, internationaler Geheimdienst. Wir operieren auf der höchsten Geheimhaltungsstufe. Die Kingsman Agents sind die Ritter der Neuzeit. Sie lassen sich hiermit auf das gefährlichste Bewerbungsgespräch der Welt ein. Du hattest Mitleid mit dem Kleinen. Für ihn ist das eine Demütigung. Er eignet sich genauso zum Kingsman wie die anderen. Wir sind hier, um eure Fähigkeiten zu verbessern, um euch an eure Grenzen zu bringen. Und um euch beizubringen, wie man unter Druck Probleme löst. Zum Beispiel, was zu tun ist, wenn einer aus eurer Truppe keinen Fallschirm hat. Interessiert? Manieren machen uns zu Menschen. Ich verstehe euch oft nicht. Das ist mein Problem. Ihr drückt euch so gewählt aus. 5, 4, 3, 2, 1 Was ist damit? Was können die Besonderes? Leg's zurück.